Hat man dieses elitäre Glück für diese großen Stelle zu reiten, ob eben der Ludger Baerbaum, ob eben aus der Steffex oder eben auch bei Jan Topps, dann hat man natürlich auch das Glück auf immer wieder großartige, für meine Kollegen zurückgreifen zu können. Dieses Glück hat Alberto Sorti, eben nicht nur mit Contanga, sondern darüber hinaus auch noch mit weiteren wie dieser zehnjährigen Zettostute Danik. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.